Guck mal, die stand so direkt mit ner Waffe aufm Fenster raus Wo? Was ist das für Scheiß Junge? Soll er vorher sagen, ich schiefe jetzt oder was? Ja, hallo Lieschen Oh, hei Wo ist der letzte? Keine Ahnung Ah, der ist... Warte, ich werd ihn holen Toll Ja, toll, ich gehe nichts Hallo? Jäger? Nein, käme aus Ah, hallo Jäger Tschüss Jäger Ah ne, hättet einfach planen Oh Gott, jetzt sterb ich Hallo Ella Hallo Ella Ich habe total daneben gefreut. Ich habe mich die ganze Zeit zu mir geguckt. Das war mein Glück, ich habe total daneben gefreut. Sollen wir planten? Ich weiß nicht, wo die sind. Ich weiß auch, weil ich sehe einen Rook vor mir. Ich habe einen Rook vor mir gesehen. Hallo, der Rest? Warte mal, warte mal. Michi, lass mal. Erdeck mich. Ach so, hier ist ja gar kein Bombenraum. Ips. Ups. Erdeck mich nochmal, Michi. Treppe, Treppe. Oh, danke Michi. Oder der andere Typ. Ich habe injured. Ich wurde geflasht von irgendjemandem. Danke. Ich werde dich rächen. Ah, ich wollte durch den Stick schlagen. Warte, warte, warte. Meine Freunde, du. Keine Ahnung, wer da geflasht hat. Auf jeden Fall bin ich dadurch gestorben. Ich habe nicht geflasht. Mein Rack ist noch. Wahrscheinlich wird kackt, okay. Das war übrigens ich. Krämer. Krämer. Krämer wäre jetzt doch eine Runde, dann hätte ich dich gekillt. Krämer. 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 Oh... Man holt doch keinen Kapital, wenn man einen Job für den Montagne braucht, ne. Wenn man einen Montagne braucht für diesen Job. Ich würd sagen, wir sind fett, oder? Da schon noch? Da sind wir auf dem Balkon. Die Führer? Nein! Von wo? Vom Balkon, immer noch. Hat's nicht geändert. Leise, leise. Nein. Voll verendet. Ich glaube an dich Mario, das schaffst du schon. Leise. Get up bitches. Ah, warte mal kurz. Ist ein Admin drin, Mario. Ja und ist auch einer lang gegangen. Der ist direkt bei dir jetzt. Von hinten. Hinten rechts. Danke. Bitte? Scheiße, meine Kinder sind nicht so gut gesetzt in... Ah, da kann ich nicht gut gucken. Ist leider ein bisschen Wand dazwischen. Ich bin drin, glaube ich. Okay, hast du. Noch einer. Wo ist der? Ich komm in... drin. Ist drin, plattet in A. In A drin. Ah, ist hier der Weg, ne? Ja, guck rechts. Hinten am Tisch. Hinten am Tisch. Hinten am Tisch. Haben wir gesehen. Scheiße. Hat den ganz kurz an der Bombe noch gesehen. Scheiße. Vielleicht durchraschen. Dazwischen. Ja. Ja. Ich glaube, da hätte es dann wirklich am Ende durchraschen müssen. Weil er dich hat... Der hat dich halt gesehen, ne? Das heißt... Ja. Boah. Aber drei Kills. Vier. Vier? Loll. Eins, zwei, drei, vier. Ja. Guck da einfach drauf. Ähm. Was? Da steht da? Das hat mir nie einer gesagt. Oh mein Gott. Wer hat das da reingeschrieben? Zählt das etwa einer mit? Warte, 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 warte. So. Einer. Ohne. Hey Andrea. Okay. Haunted ist einer. Weiß allerdings nicht wo. Markiert. Warte, das sind nur noch zwei Leute. Ich habe hier gesehen. Einer ist in deine Falle. Weg. Okay. Es ist auf der Falle. Auf in die andere Richtung. Andere Richtung. Andere Seite. Andere Seite. Ich weiß. In der Camp drin. Aufpassen. Wo ist der? Omni, kann ich diese Kamera bitte? Für einen Sekunden. Omni, lebe die Kamera. Wo ist der Typ? Irgendwo in der Nähe von B. Der kommt doch wieder über B. Dann. Schön. Warte, kam doch über B, oder? Ja. Gut. Warte, ist das B? Ich kanns, hab ich gerade nicht mehr gesehen. Also, er war da hinten. Ja, doch, doch, doch. Das war, er hat über B. Richtig gut gemacht. Jörö. Oh, fuck. Wird? Bei mir an der Türe war was? Was? Was ist das? Der hat das an, an, an der Grenze gemacht, er hat es an der Grenze gesetzt. Aber die Tür ist. Die Tür ist noch da. Ich hab kaum noch neben. Was ist das für ein Bug? Warte, deck mich. Ja, ja. Was ist das für ein Bug? Du, Alter. Ja, sei froh, dass wir so defusen konnten, aber das ist echt ein Bug. Und ich hab da kurz, ich sag, sie seh ich da einen? Weil da steht sie so vor der Tür und dann plötzlich platziert. Ich dachte auch, wie kann denn da defusen sein, wenn die Tür zu ist? Bitte. Also. Nein, das Spiel ist nicht Buggy, ne? Und es ist auch komplett ohne Fehler. Ey, warte, das erklärt die Frage, warum es schon seit zwei Jahren oder so nur noch in der Beta ist. Na, das Matchmaking, das Game nicht. Nein, 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 das Game. Die meinen eigentlich das Game. Du kannst theoretisch drohen. Ich drohne auch, ja. Dacheldraht längs, der kleine Raum ist nix. Hier ist ein Jäger-Device, also reinwerfen bitte nicht. The Master Bedroom an sich ist clear. So, anscheinend, ja. Das heißt, ich würde auch schön aufmachen, da. Ich würde auch den Draht wegmachen. Aim up. Ja, ich rein durch. Und spreng rechts auf. Wird aufgesprengt. Oh, die haben linken Killhole. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob das jetzt der God war oder... Ich kann nicht planten. Die haben Killhole direkt, ne? Ja. Okay, jetzt könnte ich planten. Da ist noch einer in das Armory drin. Unten ist einer, ne? Anscheinend. Bleib hier einfach. Ups. Geil, wieder mal nur einen Kill. Ich bin nur große Hilfe, glaube ich. Ich hatte gerade eben die ganze Zeit einen Kill und jetzt habe ich dann... ...dreihäcklich gemacht. Ich wollte da schnell hin. Es sah aber auch feierlich aus. Hashtag feierbar. Ich habe auch hier in der Castle bekommen. Vielen Dank. Von wo? Oh, Sophia. Ja, wer auch immer mich hier gestunt hat, hat mich auch nicht gefehlt. Der defuser ist on the roof. Ja, schön. Wenn mich jemand aufstellen, dann hole ich ihn oder so. Ja, wir sterben. Oh, das wird blüßend eigentlich. Ich bin schnell, ich hole ihn. Musst dann droppen, du hast keine Ahnung. Ja, ja, ich renne schon. Wollt zusammen. Wollt mich doch verarschen. Wollt mich doch verarschen. Instant, instant plant. Ich kann nicht aufhören. Ich kann nicht aufhören. Tricks. Tricks. Oh. Schön. Ich hatte nur noch Revolver, Muni. Ich habe versucht, dich zu decken. Ich glaube, ich habe einen Schuss für dich geblockt. Das war super. Perfekt. Ah. 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 G.G. Das war aber auf die Sekunde genau. Ah. Das ist schon schön. Ich habe auch gut gemacht. Gut gemacht. Ich bin mit einer Leaschentreppe und Fuß in den Frieser reingepusht und habe sogar noch einen Kill dafür bekommen. Ah. Ja, das war ein 1A-Game. Ah. Ich bin jetzt schon klar. Hä? Die haben eine Frost. Aufpassen. Kult, Frost. ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn ich weiß nicht genau wo die Position ist nicht die Türen hier aufmachen gar nicht aufmachen keine Türen öffnen willst du mir mit ansehen hier vorne war das ne ich smoke, warte, ich smoke, warte jetzt ganz ne ne du musst die Kante öffnen oh Gott links ist einer ne es geht, es geht, es geht LOLL was weg 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 ja das ist ein fach das ging im gring zuletzt auch haben Gegner bei uns gemacht defuse könnt ihr aber nicht ne doch das geht auch von nicht deswegen man kann von innen defuse und aufpassen die pusht mich weghucken ja scheiße hab dich zwei Leute, ich hab zwei mit dem Brandpfeil warte, Granate er ist drin, er ist drin schießt noch n Brandpfeil noch eine Brandpfeil hab keine mehr btf geil das ist so dumm das ist so dumm, dass das geht Alter wie geil aber gut, dass wir uns gesagt haben ja cheater der Granat Dedicator ist auch aus ne ich wollte es einfach mal versuchen ob es geht es ist einfach also it's a feature it's a bug not a feature äh andersrum aber da ist einfach zwei Leute mit dem Feuer den Covid Glitcher of Shit ich hab auf Keisel geschossen und dann rennt mir so ein Idiot vor die Fresse sag mal ich hab keine Falle zu platzieren wenn die das gleich auch machen wollen das hilft nicht nein wie denn, die Tür ist zu die Tür ist zu, du gehst nicht da durch ah ok Entschuldigung, was warte 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 äh n warte du musst selber schreiben i report you for reporting im E es würde mir Sinn machen wenn du versuchst von außen zu gehen michi hinter dir meinst du ja eben drüben über Balkon nein 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 rechts da ich komm jetzt am Balkon rein ha Was hast du gesehen, Chris? Wow, da ist aber ein exklusives Messer, Michi. Lass die letzten mir. Bleib auf K. Ist der noch draußen? Ja. Oh, du hast doch getroffen. Doch gar nicht. Don't take your fucking headshot, motherfucker. Wie ist denn sowas verstellt? Hast du das selber aufgenommen oder hast du es vom Streamen? Nicht nur selber auf. Okay. Zu machen. Wollen wir fragen, ob das einer wäre, den wir kennen. Und ich hab irgendwie ein bisschen... Oh, ich bin mal gerade kurz auf Toilette. Ja. Ich hebe schon. Ah. Ach, okay. Alex, war das bei dir? Ja, Schildträger unten im Serverraum. Hehehe. Okay, Michi verteidigt schön die Gitterstäbe. Im Nebeneingang ist einer. Wirklich, ich brauch dich hier. Wie bin ich kassiert denn der Typ? Wow. Headshot auf Montagne ist klar. Montagne ist Serverraum. Firmat auf. Ja, Firmat auch. Super. Serverraum ist komplett offen jetzt. Super. Serverraum ist komplett offen jetzt. Firmat sind gehackt. Ah, okay. Montagne lebt noch. Aber wenigstens hab ich noch meinen messern können. Ich glaub doch Cabby. Ich seh jetzt zwei Leute im Serverraum. Was ist die Drohne bei dir Chris? Hinten machen sie auf hier äh 3, 2 Sachen. Wir HP Launch. Einer ist getroppt. Badezimmer. Ich geh nicht an meinen Handy, hab keine Zeit. Okay Chris, ich mach's erst meinen Handy, ich versuch dich dann zu decken. Noch einer geht, komm! Warte! Ach, legst du das auch auf, ne? Da sind wir ab hier, da ist einer drin. Mach dein Handy? Ja, ja. Im Planted! Alex! Im Fenster aus. Ja! Schön, Jungs!